FINGERD 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 Wir fingern Und gebt zu, ihr seid nur wegen dem Titel hier Gebt es einfach zu »Enter the first and last name of the individual to revel their personal crime history and expose them for the monster they really are« »RUBR 정도로 LUCKY AP« Ich habe so lange Fingerhörig Roba Lucky AP. Alter 14. Geschlecht männlich. Höhe 5 Fuß, Gewicht 281, was auch immer. Charged with murdering an apple. Er hat also mit einem Apfel, also ich habe mit einem Apfel getötet. Sentence to like a second with legs. Okay. Dann wollen wir das Spiel nochmal starten. Tag 1. Basic Bob. As basic as they come. Positive and definitely clues means the whiteness is 100% sure. Just note to self. Just because people look bad, doesn't mean they do bad things. Ugly people aren't all mean. Ich weiß nicht, was wir in diesem Spiel machen sollen. Ah, ihm wurde was getan. Und dann, ähm... Ah, I'm positive he looked rich. I'm positive he looked neat and tidy. I'm positive he looked bald. Looked ugly. You're done for. Ehm, no. Rich. Clearly, he did. Finger him! Fiend. Ehm, no. Rich. The Daily Sun. Guilty mean excused. Okay. Tag 2. I should use the criminal database and see if I'm a criminal. Mercy Nan. She tries her best. I think clues will only be correct 60% of the time. I'm positive he looked he has money. Ach so, ich weiß, da gibt's ja viele. Da steht help drunter. Wieso auch immer. Bling bling bling. I think he looked light. He looked tall. I think he did not look like skin and bones. What? Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel beeinträ- beinhalten soll. Winget Barney, he's rassist. Okay, er ist rassist. Ähm. Get him in the chair! Finger, him. Bummer. War scheinbar falsch. Es war anscheinend falsch. Negative Nancy. Sie ist immer so negative. He definitely did not look like he owned this house. He definitely did not look giant. Dark, super. Nice and neat. Ich würde sagen, Sie hier. War es nicht. Tag 1. Okay, können wir auch wieder zurückkehren? Geht das vielleicht irgendwie nicht? Okay, machen wir auch noch eine zweite Runde. Ähm, ein Positively Looked Rich. Rich, 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 rich. Ja. Ich weiß doch was hässlich ist sowas nicht. Ich meine, ich sollte sie am besten wissen. She tries her best. Ja gut, die hatten wir ja schon mal. Ähm. Ähm. Really strange. Ähm. Was haben wir noch? Das sieht aus. Hätte er Geld. Nö. Das ist der definitiv nicht. Wenn dann der ganz links. Hey, Super Meat Boys. Was hast du hier? Oh, wir fingern dir. Bling Bling. Bling Bling. Ich meine, der heißt ja schon Bling Bling. Yuck. Yuck. Der Rassist. Ich bin positiv, er sah wie mein Porn. Porn ist ähm. Porn. Was heißt ein Porn auf Deutsch? Ich weiß es grad gar nicht. Die sehen alle aus wie er irgendwie so ein bisschen. Like a giant. Not look like a giant. Meine Becks Mahani. Was haben wir hier noch? Glad Ass. Was zum Teufel. Hätte klappen können. Hätte klappen können. Einen Fehler dürfen wir machen. Ähm. Er sieht auf keinen Fall klein aus. Wenn er hier. Muss er hier rein. Ich denke immer über alles falsch. Ich bin positiv, er sah wie Paul oder etwas. Ich bin positiv, er sah wie Paul oder etwas. Ich bin positiv, er sah wie ein No-Hair. Wie ein Glatzkopf. Was ist das? Not look crazy. Sieht normal aus, meint er. Wer von dem sieht normal aus? I think he looked like a skeleton. Oh man, das ist voll schwierig. Ähm. Ne, der hier hat am wenigsten Haare. Schade. Ja, wir können hier nochmal einen Namen eingeben. Wie wärs mit, ähm. Red Hamster. Oh, man sollte den Namen auch auf OK drücken. Red Hamster. Ähm. Alter, 42. Geschlecht, männlich. Fünf Fuß hoch. Oder was auch immer. Charged with. Also erwischt. Bei, mit. Ähm. Setting fire to Obama. Ser Hamster. Du hast also Obama angezündet. Als Schwarzer. Bist du neidisch auf seine Schwarzheit? Ähm. Er ist verurteilt für ein Jahr in der Hölle. Wen haben wir noch so? Guck mal, wo es reinpasst. Hoppala. Wir verrenken damit ich an meine Tastatur komme. Juggler Rompielos. Ähm. 23 Jahre alt, kommt ja fast hin, ne? Ähm. Männlich. Ähm. Wurde erwischt by drawing his own mother. Ich dachte, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter. Wieso ertränkst du sie dann gleich? Verurteilt ein Jahr im Himmel. Ja. Da wo du nicht hin möchtest. So. Kommt da dasselbe raus, wenn ich mich nochmal suche? Guck mal. Ja. Kommt dasselbe wieder raus. Ach. Murdering an apple. Ich habe einen Apfel getötet. Hm. Ich mochte apple noch nie. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Diese kleine Einführung von... Einführung von Fingerred. Versteht ihr? Weil... Hm. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Schreibt was in die Kommentare. Ich werde jedem antworten. Und dann sehen wir uns wieder bei einem weiteren Video von mir. Für euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.